Wenn man gegen die Fresse oder so bekommt, also gegen das Gesicht, dann hat man gehalten. Dann weint man, aber dann geht es weiter. Mit dieser Einstellung steht Glenn im Tor des VfL Welfia. Seit zwei Jahren sorgt der 13-Jährige schon dafür, dass sein Kasten sauber bleibt. Die Angst vor den schnellen Wurfgeschossen hat er mittlerweile verloren. Ja, also ich habe am Anfang sogar einen unten reinbekommen. Da lag ich ein bisschen, aber Training und irgendwann hat man keine Angst mehr. Glens Ehrgeiz war größer als seine Angst. Und jetzt ist er ein sicherer Rückhalt für den VfL Welfia. Auch bei den anderen Jungs ist der Ehrgeiz zu erkennen. Motivationspritzen muss Trainer Julian Bosbachter nicht noch zusätzlich verteilen. Aber die meisten sind schon selbst sehr motiviert, auch so hoch wie möglich in der Tabelle zu stehen. Ja, die Jungs wollen auf jeden Fall auch die Besten sein. Um die Besten zu werden, müssen die Kids natürlich im Training eine ganze Menge arbeiten. Dazu gehören dann auch Übungen, die niemand wirklich gerne macht. Und obwohl das Training so hart ist, ist Fabio schon seit sechs Jahren mit dabei. Dem 13-Jährigen gefallen beim Handball vor allem zwei Punkte. Ich fand am Handball interessant, weil es halt ein sehr schneller Sport ist. Man muss halt taktisch schnell agieren können. Man muss direkt entscheiden können, was man jetzt tut, ob man weiterspielt, ob man versucht durchzukommen. Und man ist ein Team wirklich. Und man hat halt eine richtige Position im Team. Jeder hat halt eine Stammposition und kann halt nicht so... Bei Fußball wird ja eher ein bisschen variiert. Und das finde ich ein bisschen besser, weil man halt immer so weiß, wo der nächste Anspielpartner ist. Und das weiß beim VfL Velfia jeder. Denn der kleine Verein ist nicht nur ein einfacher Sportverein. Für die Jungs im Team ist er noch ein bisschen mehr. Wir sind ein sehr familiärer Verein. Also ich finde, man kennt eigentlich jeden im Verein. Die Ältesten kennen mit den Jüngsten, die Jüngsten kennen die Ältesten. Klar, ich finde, das ist wie als wäre es so eine zweite Familie. Es macht total Spaß. Es ist sehr cool hier. Man kann immer zu jemandem kommen, wenn was los ist. Und ja, auch privat, wenn jemand irgendwas hat, kann man immer zu denjenigen gehen. Wer auch Interesse am Handball beim VfL Velfia hat und dazu noch fit bleiben möchte, findet weitere Infos auf der Internetseite des Vereins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017